Bisher habe ich mir dreimal die Nase gebrochen, einmal eine Glunerschütterung gehabt, drei Rippen gebrochen auf der linken Seite. Ich habe mir mein Handwurzelknochen gebrochen und meine Arme doppelt gebrochen, Elle und Speiche. Glunerschütterung und Kreuzbandriss. Schlüsselband, Bauchhandriss. Brüche, Prellung, Spellung. Alles, einmal alles. Wenn man wieder fit ist, stehe ich mir wieder aufs Rad, weil ich damit nicht aufhören kann, das ist ein Virus, das ist wie ein Virus, kann einfach nichts einlassen. Weil ich nicht aufhören kann, weil dieser Spaßfroger und dieser Adrenalinpegel, ist zu geil. Du stehst halt wieder auf, steigst auf dein Rad und machst es nochmal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020